Wir laufen jetzt normal, obwohl wir nicht zurück zur Lane Backporten laufen dürfen, Backporten, Backporten. Kevin, bitte go! Vielleicht trotzdem ein, zwei TPs mitnehmen. Jaja, TP auf der Mitte laufen. Ich würde sagen, wir bannen Aurelion, Yumi und Kindred oder Fiddle? Fiddle würde ich schon sagen. Okay, dann Aurelion, Yumi. Aber Yumi als letztes. Dann Aurelion, Fiddle, Yumi. Also Fiddle war ja wirklich der einzige Grund, warum das Game irgendwie nicht ganz so eindeutig war gerade. Der hat sich der größte Wombinein Mühe gegeben. Mann, der einzige Champ, der Spaß macht den Liegen. Wir können ja auch Yumi last mal vielleicht bandieren, Yumi. Jaja, deswegen ja. Aurelion, Fiddle, Yumi in der Rennfolge. Tragic. Tragic. Man kann doch einfach immer warten, bis die Gegner backgeportet sind und dann exekuten gehen. Man muss ja nicht mal töten. Aber die werden einfach nicht backgehen, solange wir nicht back müssen. So Heavy-Po könnte man gut spielen, glaube ich auch. Die gehen einfach Base-Force und dann selber exekuten. Dieses Exekuten hat es dir angetan, ne? Ich glaube gar nicht, dass es so die Werte-Taktik ist. Naja doch, also du bist ja am Anfang, die ersten 10 Minuten des Spiels ist der Exeku... Also die Tore ist halt ja nicht viel länger als der Backport-Timer, glaube ich. Ja, nicht viel länger, aber... Ja, aber die Alternative ist ja... Ich glaube, du brauchst wirklich, wenn du 1er-Boots hast... Oder sagen wir mal, ich bin ADC, ich habe bis Minute 10 keine Boots. Da brauche ich legit 30 Sekunden zur Base und zurück. Ja. Das sind 60 Sekunden. Und mit Exekute bräuchte ich es 40. Maximal. Jaja, aber das Risiko, dass der Jungler oder so da ist und dich halt absnackt... Jaaa... Ich war noch Yumi. Ah, hast schon recht. Es ist ein gewisses Risiko da, gebe ich dir recht. Meint ihr, die hätten das ge-first-bickt? Hä? Meint ihr, die hätten das ge-first-bickt? Yumi? Ja. Ja, glaub schon. Oh mein Gott, Atrox ist gewandt, der hat zugehört. Wollt ihr wieder Xyra Khan oder was wollen wir überlegen? Boah. Ja, oder Sivir. Xyra Khan ist auch gut. Ja, also wenn wir für Sivir gehen, würde ich auch für Xyra Khan gehen, damit die nicht Xyra Khan spielen. Und jetzt kann man botlen, dann Xyra Khan auch. Ja, gib immer Xyvir. Xyvir. Gebe ich dir. Und dann Xyra Khan oder was? Genau, warten erstmal, ne? Wir könnten halt dann Xyra Khan gehen. Das wäre ein guter Pick schon dagegen, theoretisch. Also habt ihr was dagegen? Wir können Lux flexen, oder? Lux ist doch gut dagegen. Ja, ich habe gut schon Lux spielt. Morgana, Morgana wäre auch gut. Wir können auch Morgana flexen. Dann ist Morgana flexen. Das finde ich super. Wir haben jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Angst, Rakan zu picken. Denken sich, ach, gegen Morgana. Naja. Unser Team ist die Wahrscheinlichkeit, dass Morgana mitlein geht, schon recht hoch, ne? Alter, Kutscher hat ein paar Games richtig reingesmehr mit Morgana, sag ich dir. Na geil! Da muss ich die ja gar nicht spüren. Das habe ich jetzt nicht gemeint. Katelyn Karma wird's. Naja, Karma ist immer noch Flex, ne? Ja, bestimmt. Aber Katelyn Karma ist schon eine sehr starke Läden. Aber Silvia Morgana feiern, oder wollt ihr einen anderen Supporter dann? Wir können den Flex auch noch offen lassen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich überlege gerade, man könnte halt Heavy Sustain versuchen dagegen zu spielen, aber ich wüsste jetzt nicht, was da super reinpasst. Okay, wollen wir jetzt noch einen Jungler picken dann? Gegen Xins? Ich krieg das Kotzen bei Xins auch. Wenn du den vorher angeguckt hättest, wisst ihr, dass es Most Played ist, ne? Was willst du eigentlich spielen? Weiß ich nicht. Ja, musst du jetzt entscheiden. Ich überlege gerade. Rammuz. Rammuz? Ja. Läuft. Da kommt er auch wieder schnell in die Basen zurück, sehr gut. Tim heute mit den Metapicks gefällt mir. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Aurelion und Xera, achso, ne. Xera raus. Und dann wieder Victor oder Tam Kench. Mach bitte keinen Son of Rammuz Cosplay. Doch, doch. Ich dive erstmal ne Runde. Habe ja die Mogenna auch noch als Counterpick sofort rausgebannt. Sehr gut. Ja. Ich habe letztens den in ein Game gehabt, da habe ich geschrieben, Gangbot please, easy game. Und er so, reported, muted, STFU, get cancer. Okay. Solid. Darius. An was denkst du denn grad Toplane so? Kevin. Äh, wat? An was denkst du denn grad Toplane so? Weil das Karma ist so ne Irelia. Wollen wir noch Tam Kench spannen oder Viktor, wie du magst? Tam Kench will ich schon rausnehmen. Dann lass uns doch Tam Kench spannen. Ich sehe so ne Sivir mit ner Pizza Sivir vor mir. Hm. Pizza Sivir, was? Ja, ich sehe jetzt vor mir Pizza Delivery Sivir vor mir. Nice Product Placement. Lieferando Sivir Skin. Würde ich feiern. Das wäre so witzig, wenn da Lieferando einfach draufstehen würde. Ich finde einfach, Leute sollten auch so mehr Placements machen wie bei Fortnite. Oder Druter. Die, die haben ja so dieser, du kannst ja so ein, ähm, so ein Kurier holen, der dir dann das Item bringt. Das war einfach so ein DHL-Ding. LOL. Und die haben das dann auch in echt nachgebaut. Äh, die denken das ist Sivir Mitte, glaub ich. Wat? Die haben Xaya gebrannt. Zumindest, tschüss davor. Ja, wollen wir, puh. Äh, ich muss jetzt picken, ne? Ja. Ähm. Wolltet ihr die Morgana haben oder nicht? Kutscha? Hier ist Wumper, warte. Na, hast du was, was besser ist gegen Karma, Caitlyn? Dann gib mir Xerad. Pike. Xerad ist gebannt. Dann Pike. Oder Rice. Sorry. I'm bad. Ein bisschen Joke, aber okay. Na, Johnny hat halt, achso, ich dachte du willst Pike Mitte spielen. Kann auch Pike Mitte spielen. Hab ja viel gespielt. Ne, ich dachte jetzt Johnny, dass, dass, Johnny ist Pike. Ne, ich hab einfach nur wiederholt, was Kutscha gesagt hat. So. Ja, wir können auch Pike Morgana spielen. Boah, Pike würde ich mich aber auch sehen. Gib mir mal den Pike lieber. Alter, wir haben den Gigaflex hier am Start. Warte mal. Er bringt uns aber nicht. Ah, Pike gegen Poppy? Scheiße. 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 Also könnte ich schon spielen, aber... Kann Poppy gegen alle, äh, Pike gegen alle spielen. Mich macht jetzt unsere Komp noch nicht so an, muss ich sagen. Ja, was siehst du denn dich jetzt noch? Ich hab keinen Schimmerduch. Weiß es auch nicht. Ich glaube, am Ende wird sie wieder Splitpush, oder? Pfff. Ja, deswegen war der da, aber es war clever. So schöne Ilaoi. Spielt ihr jetzt den Pike, oder spielt ihr den Pike? Wer wollte denn jetzt Pike spielen? Kutscha sagen. Gegen das Matchup ist Morgana oder Pike besser? Was würdest du sagen? Weiters gleich. Ja, dann nehm ich die Morgana, weil Pike ist gegen Viktor, glaube ich, ein bisschen anfälliger als den Morgana. Also ich nehm, ich würd mich so cannon oder sowas. Ah, dann... Ja, ja. Ja, sehe ich dich auch. Aber wir können halt nicht viel um dich herum spielen, ne? Ist fein. Das ist mein Mann. Kutscha, du bist gegen... Kennen? Kennen. Ja. Nein. Was machst du? Suchst du? Boah, Alter. Boah, hast du Gando? Ich hatte noch Support-Dings drin, Alter, genau. Oh, das ist immer richtig tragisch. Stop bitte. Ach, scheiße. Ich muss ja TP spielen. Ach, dann kann ich auch das Low Build spielen. Dann spiel ich extra für dich, spiel ich jetzt Pizza Civil. Scheiß doch. Auf alles. Dann geh ich hier für das Low Build. So, ich mach mir mal TP mit. Oh, ne. Aber Boots, Free Boots kann ich mir nicht holen. Ich brauch die früher. Ich überleg auch. Ach. Boah, ich glaub ich geh trotzdem für Free Boots. Ich muss jetzt sogar mal nach Flow Band gehen, ne? Ach. Alles ein bisschen anstrengender als sonst. Mhm. Ich brauch nicht mehr Stopwatch. Ich brauch nicht mehr Stopwatch. Ich brauch nicht mehr Stopwatch. Okay. Äh. Gameplan. Um den... Also, Raus halt. Megagute Gameplay, ne? Wir können halt überlegen, wofür wir gehen wollen. Bot-Lang werdet ihr reingepusht, ne? Wir müssen wahrscheinlich um Bot spielen, oder? Ja. Also, Bot werden wir auf jeden Fall reingepusht, wenn sie pushen wollen quasi. Die haben halt Lang-Kontrolle. Aber ich glaub wir sind... Fein. Weiß aber nicht wirklich. Das Matchstab hab ich echt noch nie gespielt, glaub ich. Also... Ich stell's mir... ...okay vor. Ab einem Item ist, glaub ich, easy. Aber davor... Also, Viktor hat eh Cleanse dabei. Das heißt, ich würd sagen, wir spielen einfach wieder Bot-Side. Heavy. Jo. Tim, kannst du mir einen Gefallen tun, bis wir wach wirken? Ich bin mega wach. Ich hör einfach nur zu. Ich weiß, weiß. Ist du auch so wach? Aber jetzt... Hä? Wann ich erinnert, den wache Wort bei sich im Zimmer stehen habe? Zwei. Zwei, bitte. Aha, gut. Das ist aber sehr schön. Die sind jetzt auf beiden Nachtschränkchen ein. Lass mal in vain. Dann ist ja deine Kamera endlich gut ausgeleuchtet. Wir dürfen nicht vergessen, ne? Wenn wir jetzt verkacken, können wir nicht basen. Oh ja. Echt so. Also, ich würd nicht in vain, Tobias. Oder? Doch, komm. Nein, das macht keinen Sinn. Könnt doch nicht mal einkaufen. Das bringt nichts. Doch, du kannst doch zu Fuß nach Hause. Boah, da wird so lange. Ah, okay, okay. Habt ihr recht. Dann gehen wir nach oben. Also, wenn ich jetzt in die Base laufe wieder zurück bin ich gerade so für die Minions da. Wissen die das, finde ich Base gehen durch? Guck mal. Ja, klar. Ja, ja, ja. Leute, guck mal. Jetzt stehen sie hier. Wo startest du, Tim? Was passiert eigentlich, wenn ich Base gehe? Dann musst du Barron tanzen. Dann musst du Barron tanzen. Dann musst du Barron tanzen. Muss ich das? Ja. Wo startest du? Habe ich jetzt gerade festgelegt. Wo startest du? Red Buff. Habe ich doch gerade gesagt. Ja, okay. Dann starte ich halt hier. Dann starte ich halt hier. Dann starte ich halt hier. Dann starte ich hier. Ja, gut. Das pushen top. Ich kann dir einen Weh drauf geben, ne? Was geht eigentlich mit Tim? Das reicht. Hier willst du jetzt starten? Ja, ich starte Solo. Mann. Achso. Ich kann dir wirklich einen Weh geben. Ich weiß aber nicht, ob wir nicht zu viel Damage haben, dann wird ein Weh. Ach komm. Schleller Jungle Start. Ach, wobei, ne. Ich darf ja nicht recoil'n. Ich habe keine Ahnung, da zu verschwenden. Ich gehe da jetzt nur noch auf sich zu achten. Oh my god. Oh my god. Really man? Wir müssen noch tryhard'n, obwohl wir nicht base'n dürfen. Was sind das denn für Spacken? Das ist doch die Idee vom neuen Chaos Spandauer. Kannst du ja jetzt keinen Vorwurf machen. Doch. Ich hoffe ich die ganze Zeit, warum mein Komet nicht proggt. Ich habe keinen Heal, ich habe keinen Heal. Schön, Bottom. Egal, ich bin recalled dadurch. Perfekt. Mit First Blood, das läuft. Direkt schon ein Upgrade, ja, ne? Die haben nichts mehr in Thumbs außer Catelyn und Flash. Egal, nicht dass der hier noch nicht durchgekommen ist. Ich kann nicht mehr junglen. Okay. Warum? Ich darf nicht base. Dann laufe die base. Darf ich sie jetzt suicide oder was? Was? Nö. Xyntop. Und wenn er mich killt, dann killt er mich. Xyntop, Xyntop. Das ist so dumm, Alter. Wie meinst du getroffen, du Fickgesicht, ey? Ja, gute Hitboxer. Den Arsch ist wieder zu breit, putscher. Der hat nur den Red Park gemacht bei der, glaube ich. Oh, scheiße. Kommt der Victor? Nee. Äh, ihr habt jetzt gleich. Wie leckt das so komisch bei mir? Bei, muss ich mal sagen, im Custom Air habe ich immer 26 abhinkt. What the fuck? Warum nicht im Game? Ja, auch genau 26. 30. Warum nicht im Game? Nicht, weil ich das letzte Mal League und nicht gestreamt gespielt habe. Weiß ich auch nicht. You won? Letzten King auf Spandau. Wir können, wir können mitlein probieren, wenn du willst. Oh mein Gott. Hier ist ein Xen. Ja, das haben mir Leute geschrieben, Szene, Szene, Szene. Ich dachte mir gar nicht, ich habe die Szene in drei Minuten nicht geweckt. Hast du aber gemacht, oder? Ja, ja, mich. Man, der invaded mich die ganze Zeit. Ich will nicht junglen. Wollen wir tauschen. Jürgen, das macht wirklich keinen Spaß. Machen wir keinen Sinn base zu gehen, Alter. Also zu laufen. Wenn die jetzt mal hier, dann sind Tiger Handicap nächstes. Das stimmt. Das heißt, dass wir das erste gewonnen haben, ist eigentlich schon over. Das nächste ist doch erstmal wieder normal. Äh, hier ist ein Xen bei mir. Ist das nächste wieder normal? Kann Moven. Der hat keinen Flash mehr. Der darf base gehen, Säuglings zu. Junge, fuck der mich ab, Alter. Ich bin den grad so beleidigt. Nicht base, nicht base. Ich darf nicht base. Du bist so lost. Junge, das macht halt wirklich keinen Sinn, das zu spielen im Jungle gegen sowas. Ich bin schuld, wenn du Rammuz gehst. Das ist sogar noch angenommen, Alter. Ich glaub du musst laufen. Am Blue Buff. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Du mir ein Bier, Sekunde. Alter, ich hab auch Bock auf eins. Das war ein Minion, kein Bier. Hier auf dem Minion hat ich Bock. Hast du? Das neue Bier. Biernieren. So. Hast du? Ja. Mach dir an, das ist kein Sinn hier. Alter, wie low er ist. Was für Eis, du Lully. Ey, schönes Stauder. Sag das doch, was soll ich das wissen. Nix anderes. Kein Mana mehr. Alter, was ist los mit dem Blank? Alter. Alter. Alter, du wolltest doch eh wieder base. Ja, ja, ist alles gut. Da hab ich nur ein mega schockener Flash, auf einmal über die, über die Wall. Nee, mein Kutscher nicht dich. Achso. War auch gut. Da kann ich die TP sogar sehen. Alter, kann man das überhaupt ohne Backe gewinnen? Ja, ich glaub schon. Du musst nur ein bisschen Sand aus der Vagina kratzen und dann wird doch was. Wie sollen wir nicht so schwitzen, die Arschköpfe? Ja doch. Das ist ja genau der Sinn. Das war ziemlich warm. Nee, ich dachte die Trollen genauso. Komm, wir ficken den Kevin. Kevin ist noch nicht sechs. Oh, ich darf ja nicht base, ich darf ja nicht base. Och man. Können wir nochmal ausprobieren? Ja, fast. Wollen wir hier? Gar nicht dran gedacht. Warte, ich bin kurz vor der sechs. Zwei Minion. Oh scheiße, ich geh schon drauf. Hast du mir irgendwo spüren? Oh, der ist in der Mitte. Der ist in der Mitte? Ja, ich glaub der ist hier durchgerannt. Das ist fein. Können wir die Pop hinnehmen? Oh Mann! Ich hab acht Sekunden noch auf Ball. Ich deplete er jetzt hin. Vier. Drei. 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 Eins. Komma. Oh, ich bin ja noch gar nicht base. Scheiße. Ich komme, Johnny. Können wir das spielen? Ja. Sollte sie vielleicht nicht rausflaschen. Der hat noch Tens. Hä? Warum wird sie nicht interrupted mit meiner Queue? Hören wir Krabbe-Contest? Wird schon gerne base laufen, muss ich sagen. Anfang langsam zu laufen. Ach, alles egal. Muss man ganz anders Pop planen hier. Ja. Vier Sekunden auf Queue. Äh, hier ist so ein... Timbal, der gerade engaged. Ich laufe. Ja, ja. Ach scheiße. Ich bin noch nicht weg. Du bist ja richtig schnell. Könnt ihr dem helfen? Ja, ich rufe. Okay, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Kein Flash, kein Flash. Kein Flash. Ja, der geht einfach oben rum, ne? Ja. Ich wollte jetzt nicht viele Playlings, ne? Kann ich nicht bewegen? Ach ja, ich wollte gerade wieder basen. Ich vergesse das die ganze Zeit. Oh, nice, das ist perfekt für uns. Habe ich! Outplay, Outplay, Outplay. Ich bin schon der Base, nice. Das liegt super. Boah, Moby Boots. Okay, Potion. Boah, 7 TP. Komme, Nico. Hilfe, Kutscher, Hilfe. Johnny, mach die Big Plays. Stirb doch! Nee, komm, ne W. Jawoll. Ei, ei, ei. Das ist dieses Slowbild, ne? Das fuckt mich so ab. Bin gleich da, Nico. Oh, 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 ah. Ist ja gut, Kevin. Aua. Wollt schon zweimal Backporten. War auch schon wieder kurz davor. Bisschen, bitte. Ich muss nach Hause laufen. Wir sehen uns später, Jungs. Bisschen. Mann. Ich muss nicht mal sagen so was. Oh, Pock, ich bin schon level 5. Ja, Botlane ist übel witzig gegen ne Poke Lane. Nicht Base gehen zu dürfen. Alter, das war aber ein schlimmes Base Shoot noch. Ach ja, das stimmt ja. Hatten wir vielleicht doch einen Suspenscher mit dem Ganäher. Darfst du nicht recorden? Ach ja, warum? Mach ich ulse. Oder Sora kitet den in den Sollen. Nee, warte, ich... Haben wir nicht ganz durchdacht, die Scheiße. Das ist richtig disgusting. Das ist doch das schlimmste Handicap, was man haben kann. Wir verlieren jetzt Turret, ne? Das ist halt nicht spielbar, also keine Ahnung, Alter. Ja. Man muss halt laufen. Tim, komm mal runter jetzt. Ich move. Und Victor muss da aufbauen, glaube ich. Oh Mann. Wird keine E ab. Der Cill ist hinter dir. Das kannst du nicht machen. Du hast den nicht gesehen, oder? Oh Scheiße. Kein Flash. Oh Scheiße. Rennen, Junge, renn. Rennen einfach. Nice, du hast den Turret gesaved. Ist worth, Tim. Ist worth. Keine Double-Buff Catelyn. Nein. Alles nur nicht Catelyn. Nein. Du hast gesagt, du soll runterkommen, du Arschkopf. Ja, aber du hast auch den Cinder gesehen, bevor du rüber gegangen bist. Nee, hab ich nicht. Ich weiß. Warum sagst du's dann? Mach viel Spaß, Leute. Die dann freest auch noch. Ja, denkt mal, wenn die Turret fallen, sind wir näher an der Base. Möchte ein bisschen mehr positive Vibes. Ja, ich sag mal, der hat ja noch ein Plating nach neun Minuten. Ist halt wie wenn man gegen Uzi spielt. Nur, dass der nicht Uzi ist. Ich weiß, was schlimmer ist. Im Jungle nicht backen zu können und 24-7 deswegen invaded zu werden. Oder zu lane und nicht backen zu dürfen und die ganze Tour zu verlieren. Und der ist auch so ein Hard-Aid gegen die Pope kommt hier. Also, Victor move top, Kevin. War never mind, der hat nur die Lange freeze. So, Jungs. Ja, ich dachte immer Base. Johnny hat die kürzesten Weg noch. So, ich komme, Kevin, ich lot. Ja, ja, ja. Ich habe auf jeden Fall Prio sich bezistert. Ich glaube auch, meine Base. will kommst du da hin? Ne, der Victor ist. So. Wollen wir den Victor nehmen? Oh die, ich habe auch die, ich habe auch. Oh die, ich habe auch da ziemlich wappen können. Ne, 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 ne. Ja, vielleicht schon, der hat halt noch Cleans ab, weißt du, ich da reinlaufe, da... Ja, da dive den jetzt. Das wäre wahrscheinlich worth gewesen, was du jetzt. Ich dive ihn. Also die Kälte ist 2.000 Gold ahead so ungefähr gerade. Au, shit. Okay, du bist... Ach, scheiße, sorry, das Backstreet kam so schnell. Karma könnte mitgeruhen, pass auf. Oh mein Gott, ich muss nach Hause laufen. Karma könnte mitgeruhen. Nach Hause gelaufen. Keine Holt, keine Holt, kein Flash. Karma und Kayte sind auch gleich da. Oh, doch nicht. Der fucking... Boy. Hab ich. Och mann. Egal, müssen wir nicht laufen. Der hätt sich vielleicht auch nicht noch. Naja, also... Was? Der war schon recht sicher. Egal. Egal, Alter. EGAL. Wir werden swappen, ne? Ich bin ehrlich, an dem Handicap finde ich noch nicht so viel Spaß dran. Wirklich? Merkbar gar nicht. Ich glaube, die Zuschauer finden das doch ziemlich lustig, muss ich sagen. Ist auch lustig. Wie heißt... Fittert auch fein. Really? Er will sich auch deine Lane. Ja. Ja. Ich mein, man kann... Ich mein, man kann... Geht da in der Mitte was? Ich soll euch auffallen, dass die Kayte sind schon recht gefiedelt. Ach, ich... Ich... Er ist vielleicht drei Kills, fünf Powerplatings, hundert Farm, Tötet, First Blood eventuell. Bin top. Kommen alle top. Bin tot. Alle laufen top. Da kommt ja gleich... Okay, na rein. Oh Mann, macht das Spaß. Ja, ich laufe mal wieder. Ja, dann lass stoppen, ich kann Viktor dominieren. Ich komm Mitte. Ja, hier kommt auch gleich Xen. Da habe ich ihn schon angefahren in Xen. Mit seinem Bugatti. Das war mein Sound. Ja, ihr gebt Mitte, ich gebt. Wollen wir die Poppy nehmen? Komm, let's go, Alter. Wir machen die 2v2. Ich bin jetzt am Harrod gewesen, ne? Ja, ist egal. Nehmeh, 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 nehmeh. Bodlin kann movement jederzeit. Karma moved, Karma moved. Oh, fuck. Ich glaube nicht, dass wir das machen können. Don't be care. Ich will schon wieder backen, aber ich darf nicht. Ich will das nicht mehr spielen, hilf mir. Ich glaube, es gibt kein schlimmeres Handicap als das. Du verlierst ja legit alles, Alter. Komm, wir gehen da bitte jetzt rein. Ich komm, ich komm. Okay, ich stehe wieder hinter. Oh, schön. Caitlyn? Warum killt die niemand? Oh, mein Gott. Oh, okay. Bei der Ulti. Warum killt die niemand? Killtim, du Wichser! Ey, ich hätte das auch nicht überlebt. Natürlich. Der fucking Harrod hat mich gerade geminion blocked. Und ich mach kein Damage. Kommt auch nochmal dazu. So, aber, ne? Ich würd's einfach probieren. Ich glaub, es würde... Ja. Ich bin halt wirklich raus. Aber geht schon. Ach, ich dachte, wenn ich pay... Ich merk das immer so eine Sekunde bevor der Wegkopf ist. Ja, ich auch. Same. Ja, dann TP wir mal nochmal. Ich chase den Wichskopf jetzt runter. Ist mir egal. Ja, wenn ich komm hoch, wir töten die. Okay. Weiß zwar nicht wie, aber wir werden sie töten. Wir haben wir schon hin. Ja, tun wir noch Cleans ab, ne? Botlane pusht jetzt mit rein. Die könnten jederzeit überall hinmoven. Ich glaub, das ist treu, was du da machst. Wir pushen mit einmal weiter. Die wollen für T2 gehen. Ja, doch, kann sein. Er hat keinen Cleans mehr. Uiuiui. Uiuiui, Johnny, kannst du kommen? Ne. Wat? Wie, du kannst nicht kommen? Sicher kannst du kommen. Natürlich kann ich kommen, aber du trollst doch da unten. Wenn ich dafür wieder sterbe, ist einfach die Ruhe. Ja, Kammer sind durch. Ja. Keine Ahnung. Trau doch einfach nicht. So, dann. Oder sag halt, du trollst, dann läch' dich halt sterben. Aber das ist halt... Ich wusste nicht, dass die unten sind. Ja, du läufst, Viktor, von hier runter. Erzähl mir nix. Das ist schon recht. Junge, Junge, Junge. Schön hast du gehen, Kevin. Ja, Late Game haben wir. Gleichfalls. Danke. Junge, trink weniger Bier, Alter. Ja, nen kompletten Mental Breakdown, ey. Ja, schon. Kann mal Poppy töten. Alles klar. Aber wieder nicht base. Komme. Ich komm auch. Bot ist miss. Alarm. Ich geh base. Du läufst base. Achso, du gehst base. Ja, ich geh base. Mitte T2 ist down. Langsam ist die Minion Rave ganz schön nah am Turret. Das mein ich. Cloud Track wäre komplett OP für uns. Die holen wir Kutscher, oder? Nö. Doch, komm. Ich hab die Pflanzen gemacht, die wissen, dass wir hier sind. Und ich hab'n Tritt. Botnay ist auch ein Mist, ne? Easy. Ja. Die kommen alle. Ich weiß nicht, die wissen, dass wir hier sind. Die sind alle da. Warte auf'n Schild, ey. Hast du noch'n Reset? Schon. Ja, ich fett den weg. Uiuiui, wir müssen halt auch die laufen. Die ziehen euch rein, damit ihr euch tötet. Warte. Nichts. Naja, dann backporten wir mal, ne? Ach, scheiße. Oh Mann. Aaaaaah. Oh Mann, oh. Warum hasst der mich so? Was ist das denn? Der kommt einfach aus dem Nichts. Wollte vielleicht daran liegen, dass du einfach in der Mitte stehst? Ja, ich dachte, der ist nach oben. Oh, hier ist der Minion Block. Trip. Er ultet noch. Ich will halt einfach ein bisschen Gold kriegen. Ich bin so useless. Ich hab' ein ganzes Item weniger. Wir müssen die Strategie weiterverfolgen. Einfach rein, damit wir ein bisschen Gold kriegen. Jetzt bin ich sogar schon 25 Sekunden hoch. Das ist nicht mehr worth zu sterben hier. Xena hat geflasht und geultet. Hier, die holen wir. Oder nicht? Sag' euch, Rammuz ist noch der Powerpick. Ja, bist halt nicht useless. Wollen wir mal ein bisschen skalieren? Ich bin schon ziemlich hart useless doch. Ja, aber stell dir mal vor, du willst jetzt Lissin spielen oder so. Und wärst du behind. Ja, okay. Hast du auch wieder recht. Das ist eine Black Cleaver Poppy, by the way. Boah. Boah. Wir bräuchten echt einen Control-Ward im Fountain-VTPS, ja. Wobei das in fünf Sekunden hier nochmal ist. Das ist das Gold nicht wert. Fünf Sekunden? Warum brauchst du fünf Sekunden? Ah, Alter. Kann man shieldet mehr als ich Damage machen. Ui, hier ist der Poppy. Ui. Nee, ist die noch nicht. Glaubt, ganz wenig Schaden an dir. Ah, jetzt seid ihr komplett im Rombo. Und ich hab' den Fehlmacher dann. Oha. Gettel hat zweieinhalb Items. Ich hab' schon drei jetzt. Äh, zwei. Kann wieder auf die draufflaschen. Nee, nee, da ist noch ein Gettel. Wollen wir bitte? Ja, ich komme. Gettel hin. Nicht. Ich kann ja nicht ransteppen, so. Ich hab' hier in der HP. Wenn ich Gettel hin, dann hat dich einfach mit einem Shot auf 30% gehauen. Ja, aber zweieinhalb Items. Was? Kevin ist gebaset, steht im Chat? Kevin? Nicht gebaset. Doch, haben alle geschrieben. Ich glaube, dass du gebackportelt hast. Fun. Vor drei Minuten. Ab in Baron Pit, Kevin. Disqualifiziert, wenn wir das gewinnen. Ab zum Baron Pit. Oh, echt, ich kann mich gar nicht sagen, Alter. Ich glaube, ich bin gerade auch wieder gebaset. Kevin wird Hansen gehen. Ich glaube, ich bin gerade wieder gebaset. Ab zum Baron. Darüber denkt man halt auch nicht nach. Nee, das heißt so. Denkt man auch nicht. Ich war 15 Mal, ich war jedes Mal kurz davor zu bekommen. Ja, same, same, same. Alter, der ist aber auch... Jetzt aber die Cade. Die killt sich selber. Ha, ha, ha. Alter, ich sehne, die hat sich fast gekillt mit seinem Auto-Hit. Warum bin ich denn gebaset? Wie kann ich daran erinnern? Ich kann mich daran erinnern. Sag ja, ich würde sagen, ich bin Civil. Ich kann das rave clean. Aber ich habe, glaube ich, nicht den Damage, um das zu rave clean. Es gibt halt Handicaps, die kann man spielen. Man kann das auch spielen, weil man keinen Sand in der Vagina hat. Dinger, wie willst du das spielen? Ja, wenn du im Mid-Game einfach nicht giga-hart reintrollst, haben wir die Legend Chance das Game zu gewinnen, so. Das ist Delusion im Leben nicht. Also, wenn du keinen Bock auf Handicaps hast, hast du halt keinen Bock auf Handicaps. Aber das ist doch... No way, weil das Game muss. Also, ich stimme dir zu, Johnny. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das Rindable war. Ja, aber auf jeden Fall. Das ist... Das ist ja einfach... Wir sind da runtergerannt, so. Und dann ist das Handicap ja auch scheißegal. Egal, holen wir noch, das ist viel Farm. Okay, komm es vielleicht mit 4 Items wieder, kann auch sein. Irgendwann sitzt du voll, ne? Muss man auch sehen. Das ist schon höherer Level, meint. Das stimmt. Und jetzt 3 Items. Jetzt siehst du dann sehr easy. Ich hab hier... 1000 Gold, Leute. Das hier. Dann kann ich sie stunnen. Während Karma mein Damage schildet. Müssen wir uns trotzdem scheren hier, ja? Ja, naja. Scheren ist so wenig. Ich hau ein Weh rein. Und dann kommt dein Weh und... Es ist Steamer hier, Tim. Ah, easy. Ich hab aber leider auch kein Loot-Drinket. Hab ich mit dem Q. Blind Q. I got it. Jawohl. Hat er. Ja. Ich hab das Gefühl, die sind noch ganz... Rammus-Damage ist so dumm. Jetzt würde ich die Kettel einfach fassen. Nein! Warte, wie lecky war das, Tim? Ah! Gerade. Aber der Busch ist mir. Au. Ei. Ja, ich hab Frequemal. Busch ist doch nicht mehr. Busch ist dem Victor. Ich bin verpissig. Die kommen alle top, by the way. Ich bin aber schon tot, bevor die kommen. Na gut. Ich hab den schnellen Weg gegen die Base gewählt. Kevin, wie machen wir das jetzt? Wir muttern da gleich rein und schauen, was passiert. Meinst du? Ich hab den Flash nicht noch drin zu sein. Können wir rein rennen. Oh. 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 Meinst du, die haben Shield, oder? Alter. Ich bin 10 Sekunden ab. Schönes Ding. Ich bin 2 Sekunden da, dann haben wir das ganz fest in unseren Händen. Ja, ja, ja. Attacke. Aua. Ich kann nicht hucken, Alter. Aua. EG. Ja, das hat jetzt so begrenzt Spaß gemacht, muss ich zugeben. We tried. Aber ich dachte, wir müssen den Komp auf jeden Fall hart anpassen. Der normale Komp-Draften scheint nicht vor Erfolg gekrönt. Das stimmt. Das Problem ist halt, wenn Leute eine Komp darauf anpasst, dann ist die Komp halt immer noch scheiße. So, weißt du? Dann kann sie halt nur besser weggehen. Aber ja, ich mein. Botley-Turn verlieren bei Minute 9 ist wahrscheinlich nicht die. Ja, aber also. Das ist halt das Problem, wenn du gegen Caitlyn Karma spielst. Und nicht weg darfst. Ich glaube nicht, dass du den Turd mehr als 10 Minuten halten kannst, wenn du nicht Soraka Ezreal spielst wahrscheinlich. Das geht noch. Und wahrscheinlich wäre das halt. Aber mit Ezreal nicht Base zu gehen, ist halt auch Tripp, ne? Ja. Da muss ich Tränen skippen. Eieieiei. Ja, Kevin.